Wir haben jetzt auch in dieser Folge ein Thema, das wirklich fast nichts mit Corona zu tun hat. Das ist unser 100% virefreies Thema. Denn 2019 war ein Eierjahr. Ei, 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 ei. Ganz genau, Karpi. Ei, 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 ei. 2019 haben die Schweizer Hühner 1 Milliarde Eier gelegt. 1 Milliarde, das ist ausgeschrieben für alle, die zu Hause mit ihren Kindern Homeschooling machen. 1 und 9 kleine Eier hinten dran. Apropos Homeschooling, da haben wir natürlich wieder etwas Schönes. Die, die unsere Sendung regelmässig schaut, wissen wir in der Webseite hochgeschaltet. Aufzugehen vom HerrDeville.ch Und da haben wir auch diese Woche ein wunderschönes Blatt bereitet, ein Ausmalblatt. Und als Belohnung kann man es umkehren. Und hinten dran ist ein bisschen Rechnen, also quasi das kleine Einwolleie. Also wir sind aber bei 1 Milliarde Eier. Alain Berset, ihr kennt ihn, unser Bundesei. Er hat wegen diesen vielen Eiern empfohlen. Man sollte sich jetzt schlauweise auch Notvorraten Aromaten anlegen. Aber sind wir ehrlich, so viele Eier kann gar niemand essen. Das ist völlig sinnlos. Ich meine, was macht man mit all diesen Eiern? Man muss jetzt eigentlich die ganze Produktpalette jetzt umstellen und auf Eier münzen. Die Leute müssen jetzt vermehrt, wo es gar nicht mehr so viele Ware gibt, muss man jetzt vermehrt Eier kaufen. Man muss die Leute zum Ei bringen. Richtig. Man darf nicht umeieren. Man muss wirklich das Ei das Kolumbus suchen. Und das hat man gefunden und hat gedacht, man muss einfach die Werbespots ummünzen auf Eier. Es gibt ja ganz viele Beispiele. Zum Beispiel, ich wette ich hätte ein Eierbett. Töne sich gut. Töne sich gut. Hab ich noch eines verloren? Ei, weil ich es mir wert bin. Mh. Einer meiner Lieblings. Mit Eiern kannst du es nicht besser, aber länger. Warte, warte, warte. Bitte? Ei, what else? Kannst du das erwerfen? Eier. Für das Beste im Mann. Eier kaufen. Katzen würden Eier kaufen. Uh, die Frisur sitzt. Dank 3-Wetter-Eier. Das ist alles möglich. Hast du noch einen, der dort rauskommt? Ich will so eiern, wie ich bin. Ich auch. I am what I am. Ich will so Eier! Ich will so Eier! Dann sind die Frisur, eine嫌 secret! Das ist alles möglich! Ich will so Eier! Ich will so Eier!